Die Batterie gilt als eine der wichtigsten Komponenten im Elektroauto. Warum ich glaube, dass Tesla 2020 hier eine Neuerung vorstellen wird und warum das alles andere in den Schatten stellt, zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zur Stromgarage. Heute sprechen wir mal über eins meiner Lieblingsthemen und das sind die Batterien und die Zellen und so. Das finde ich wirklich spannend und da steckt für mich auch eine der schwierigsten Herausforderungen, was die Elektromobilität angeht, drin. Schauen wir uns zunächst mal den Ist-Zustand an. Also aktuell werden die Zellen für das Model 3 in Nevada unterm Dach von Tesla, allerdings von Panasonic gefertigt. Hier waren ursprünglich mal 54 Gigawattstunden pro Jahr an Produktionskapazität angedacht. Lange Zeit waren sie nur irgendwo bei 24, was dann auch immer wieder zu Produktionsengpässen geführt hat und dann eben einfach der begrenzende Faktor bei der Model 3 Produktion war. Ja, zur Zeit nähern sie sich schon 30 Gigawattstunden an. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Da ist aber im Prinzip noch relativ viel Luft nach oben. Trotzdem hat der CEO von Panasonic gesagt, dass wenn das Model Y, also das Model Y auf den Markt kommt und dann eben entsprechend mehr Zellen benötigt werden, dann würden hier diese Zellen einfach nicht mehr ausreichen. So, also das ist auch im Prinzip nur ein einfaches Rechenbeispiel. Wenn die dann wirklich nochmal so viele Model Ys wie aktuell Model 3s verkaufen, dann reicht die aktuelle Zellenanzahl einfach nicht aus. Im Juni 2019 war das letzte Tesla Shareholder Meeting, also das Meeting für die Aktienbesitzer. Und da hat der neue CTO, der Drew Berglino, vorher war das der JB Straubel, der ist dann nach, ich glaube, über zehn Jahren irgendwann in Rente gegangen sozusagen und hat das Ganze an Drew Berglino übergeben. Und er hat diesen Satz gesagt, we will be masters of our own destiny. Also wir werden unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und das heißt für mich tatsächlich so viel, also es war auch tatsächlich bezogen auf diese Zellengeschichte, wie viele Zellen sie brauchen, weil da war eine Frage aus dem Publikum. Und das ist für mich wirklich ein Anzeichen dafür, dass Tesla da ja einfach schon weiß, was sie tun werden, einfach einen Pfad haben, wo sie entlang gehen wollen, das einfach nur noch nicht so öffentlich gemacht haben. So, und jetzt wurde ja schon länger angekündigt, dass irgendwann im Sommer wahrscheinlich 2020 der sogenannte Powertrain and Battery Investors Day kommen wird. Da wird dann einfach nochmal umfassend informiert über eben diese ganze Batteriegeschichte, was da Neues kommt, was gerade in der Mache ist und so weiter. Und eben Powertrain, also auch die Elektromotoren, wahrscheinlich der neue Plaid Antrieb mit drei Motoren und so weiter. Also da wissen wir dann auf jeden Fall mehr, aber wir wollen ja jetzt nicht unbedingt warten bis zum Sommer, um da jetzt alles zu wissen. Deshalb habe ich einfach mal ein paar Indizien gesammelt für euch. Fangen wir mal an, so im Mai 2019, da fand ich wurde diese ganze Batteriesache ganz interessant. Da hat Tesla nämlich Maxwell Technologies gekauft. Die sind eigentlich bekannt für so Superkondensatoren und viele sind dann relativ schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Das mag vielleicht Anwendung finden im Elektroauto, wird aber das insgesamte Problem wahrscheinlich nicht lösen, weil einfach die Speicherkapazität nicht so groß ist von den Dingern. Und dann gibt es da noch eine weitere Technologie, das ist die Dry Battery Electrode, also eine trockene Batterieelektrode. Und das ist im Prinzip wesentlich anders, als es jetzt ist. Also auf der Kathode ist es, glaube ich, nagelt mich da nicht drauf fest, also auf jeden Fall auf einer Elektrode, wird dann so eine Paste aufgetragen mit Lösungsmitteln drin und die müssen aufwendig in so großen Öfen getrocknet werden. Dann gehen die Lösungsmittel wieder raus und dann bildet sich da eben diese gewünschte Gitterstruktur, um die Lithium-Ionen da eben in diesem Gitter quasi festzuhalten. Das ist ja der Sinn von dieser Kathode. Und Maxwell hat da im Prinzip eine Technologie entwickelt, wie man diese Sache trocken machen kann. Also da wird dann einfach diese trockene Lage auf das Blech aufgetragen irgendwie, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und so spart man sich eben relativ viel Aufwand in der Produktion, relativ viel Produktionsfläche. Das ist auch ganz wichtig für Tesla, denke ich, dass sie einfach auf kleinem Raum viele Zellen fertigen können. Und was auch noch in der Präsentation von Maxwell drin stand, dass man dafür dann auch kein Kobalt mehr braucht in dieser Kathode. Also das ist insgesamt schon sehr interessant. Und in der Präsentation haben sie dann auch noch reingeschrieben, dass hier im Prinzip Energiedichten von größer 500 Wattstunden pro Kilogramm möglich sind. Zum Vergleich, aktuell sind wir da irgendwo zwischen 130 und 150. Man munkelt, dass das Model 3 schon 200 Wattstunden pro Kilogramm hat, aber so richtig eine belastbare Aussage habe ich da noch nicht gefunden. Aber 500 wäre ja wahnsinnig viel mehr. Also da sind wir wirklich Faktor 3, Faktor zweieinhalb. Das wäre schon mal der Wahnsinn. Also das so als erstes kleines Indiz aus dem Mai 2019. Dann gehen wir mal weiter. Im September 2019 hat Tesla, also das Batterieforschungsteam von Tesla, die Ein-Kristall-NMC-Kathode vorgestellt. Dazu muss man wissen, dass Tesla aktuell eine NCA, also Nickel-Kobalt-Aluminium-Kathode benutzt. Und nahezu alle anderen benutzen jetzt auch schon die NMC, also Nickel-Mangan-Kobalt-Kathode. Und da haben sie jetzt eben was vorgestellt, wie diese ganze Sache noch effizienter funktioniert. Mit, ja, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Prozessen da drin, dass die Ionen da besser gehalten werden und mehr davon gehalten werden können. Wie das jetzt wirklich chemisch im Detail funktioniert, das weiß ich auch nicht. Das muss ich zugeben. Aber es wurde eben propagiert, dass mit dieser neuen Technologie eine Million Meilen mit einem Akku möglich wären. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, nur unter der Voraussetzung, dass man dann nach 500.000 Meilen einzelne Module, die halt schlecht geworden sind, austauscht. Und so kommt man dann eben langfristig gesehen auf diese eine Million Meilen. Aber trotzdem, ich meine, selbst 500.000 Meilen ist ja eine unfassbare Zahl. Ich glaube, 800.000 Kilometer müssten es ungefähr sein, die dann der eine Akku hält. Also das wirklich, da fault ja das Auto drumrum weg in der Zeit. Also Wahnsinn, 800.000 Kilometer. So, das war das zweite Indiz. Dann kam im Oktober 2019 der Kauf von Haibar Systems dazu. Also Haibar, das ist ein Unternehmen, was so Batterieherstellungsverfahren quasi anbietet oder gemacht hat oder entwickelt hat. So, und die haben eben auch ein Advanced Automated Vacuum Filling System für Lithium-Ion Batteries. Also, ja, ein fortschrittliches Vakuum-Füllsystem für Lithium-Ionen-Batterien. Und ich meine, im Prinzip, das ist ja auch was, was man dann braucht, wenn man diese Produktion selber tatsächlich aufziehen will. Ich habe auch schon gelesen, dass das hauptsächlich darum ging, die Mitarbeiter von diesem Unternehmen quasi zu Tesla zu holen. Und das quasi so ein Kauf, um die Mitarbeiter zu kriegen war. Aber wie dem auch sei, also auch das zielt in Richtung von eigener Zellfertigung. Und dann jetzt die neueste Meldung im Prinzip war dann im Dezember 2019. Da wurde ein Patent veröffentlicht für neue, nicht wässrige Elektrolyte mit weniger Additiven und auch anderen Additiven. Also das geht jetzt ziemlich ins Detail. Also guckt euch das Patent mal an. Ich linke euch das unten rein, dann könnt ihr es euch angucken. Da gibt es drei verschiedene Additive. Die heißen MDO, PDO und BS. Und die werden dann eben in unterschiedlichen Verhältnissen gemischt mit anderen Additiven, wurden da halt ausprobiert. Und da kann man dann sehen, wie sich die Akkus über die Zeit entladen haben. Also das sind diese Kurven, die ihr auf der ersten Seite da seht. Da sind halt unterschiedliche Mischungsverhältnisse von diesen Additiven im Elektrolyt, also im weiterhin flüssigen Elektrolyt. Und wie dann die Zellspannung über die Zeit halt abnimmt. Also das ist im Prinzip so etwas, um dem Vampirverlust entgegenzuwirken. So habe ich das verstanden, dass die Akkus sich eben nicht selber entladen über die Zeit. So, wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt und so versucht, das große Bild zu sehen, dann würde ich schon meinen, dass Tesla hier ganz intensiv versucht, eine eigene Zellfertigung aufzubauen und einfach die Sache wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Was sie ja insgesamt in der gesamten Firma schon immer angestrebt haben, bei allen Teilen, bei allen Komponenten im Auto. Gerade eben die, die wichtig sind für den Wettbewerbsvorteil, die will Tesla einfach selber machen. Und da macht es ja nur Sinn, dass sie jetzt eben hier auch die eigene Zellfertigung starten. Und für diesen Quantensprung in der Speichertechnologie, da deuten noch andere Sachen drauf hin. Und zwar einfach die Produktankündigungen von Tesla. Wir haben ja schon beim Roadster, beim neuen Roadster gesehen, dass der 1000 Kilometer Reichweite bekommen soll. Der soll jetzt irgendwann Ende 2020, wahrscheinlich eher Anfang oder Mitte 2021 auf den Markt kommen. Und das Ding soll 1000 Kilometer Reichweite haben. Also ich sage mal, das müsste eine Batterie sein, ungefähr von 200 Kilowattstunden. Dann wurde jetzt ja der Cybertruck vorgestellt. Der soll Ende 2022 auf den Markt kommen, also die Tri-Motor-Version. Und die hat 800 Kilometer Reichweite. Das muss auch ein wahnsinnig großer Akku sein. Dann habe ich einen Bericht gelesen, dass ein Hacker, will ich es jetzt mal nennen, im Quellcode vom Model 3 herausgefunden hat, dass hier ein 100 Kilowattstunden Akku vorgesehen ist. Das muss jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass Tesla den wirklich auch schon entwickelt und in näherer Zeit auf den Markt bringen wird. Aber in der Software ist es auf jeden Fall schon mal vorgesehen. Und bei 100 Kilowattstunden sprechen wir beim Model 3 eben auch von einer Reichweite von ungefähr, sagen wir, 700 Kilometer. Also Wahnsinn, was da noch kommt. Und ich denke, dass die Energiedichte halt einfach steigen muss, weil im Model 3 wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel Platz ist, da noch mehr Zellen reinzupacken, wie jetzt in dem 75 Kilowattstunden Akku vom Long Range Model 3 eingebaut sind. Genau, das sind alles für mich auch so Indizien, dass Tesla da was in der Hand hat und es ist einfach noch nicht serienreif und die wollten es noch nicht kommunizieren. Aber irgendwas ist da im Busch. Irgendwas kommt da demnächst. Das glaube ich ganz sicher. Und es wird auf jeden Fall Tesla einen weiteren riesigen Vorsprung verschaffen. Da bin ich ziemlich sicher. Ein weiteres Indiz ist jetzt die Gigafactory in Brandenburg. Also die Gigafactory 4, die jetzt noch nicht mal gebaut ist. Ich glaube, die haben noch nicht mal angefangen. Das Grundstück ist gekauft. Und da liegen eben diese Umweltverträglichkeitsprognose oder wie das genau heißt, liegt dieser Bericht vor. Und da sind auch einige Indizien schon drin. Also ich zeige euch jetzt gerade mal kurz einen Auszug. Und das ist quasi die letzte Ausbaustufe, die jetzt von dieser Gigafactory geplant ist. Also aktuell wird nur erst mal nur einer von diesen vier Produktionsgebäuden gebaut. Und aber hier auf der Seite oben seht ihr noch eine kleine Box. Ja, die nennt sich Cell. Also da könnte man vermuten, dass da eine Zellfertigung rein soll. Irgendwann in der Zukunft. Wie gesagt, ob die jetzt sofort schon da reinkommt oder nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Aber auch das ist ein weiteres Indiz, dass Tesla hier jetzt wirklich die Zellfertigung selbst in die Hand nimmt. Gleichzeitig noch mit einem neuen Technologiesprung. Wenn sie dann auch diese Dry Battery Electrodes nehmen in Kombination mit den neuartigen Elektrolyten, um da wirklich die Energiedichte massiv hochzutreiben und die Produktionskosten trotzdem runterzukriegen, die Produktionsfläche runterzukriegen. Das finde ich klingt einfach allumfassend einfach total wahnsinnig. Und ich bin mega aufgeregt auf diesem Battery & Powertrain Investors Day, wenn uns endlich mal klipp und klar aus erster Hand berichtet wird, was da los ist, was Tesla hier im Petto hat. Und also wirklich, ich bin wirklich gespannt, wenn die wirklich hier einen Durchbruch erreicht haben. Man liest es ja ständig. Überall gibt es ständig irgendwelche Durchbrüche in der Batterietechnologie. Aber für mein Dafürhalten wird da selten berücksichtigt. Ja, ist es serienreif? Was kostet das? Und kann man das in der Menge überhaupt fertigen? Das muss man alles berücksichtigen. Natürlich kann man irgendwie den super Akku für 800 Millionen Euro irgendwie bauen. Das ist, denke ich, kein Problem. Aber man muss natürlich immer darauf schauen, dass es auch preislich halbwegs irgendwie im Rahmen ist. Idealerweise sogar noch günstiger als die aktuellen Akkus. Und ich glaube, dass Tesla das geschafft hat. Ich glaube, die müssen jetzt halt einfach noch ein bisschen an der Serienreife arbeiten, aber sind in meinen Augen kurz davor. Und wenn sie dann damit fertig sind, dann bin ich sicher, kommt der Battery & Powertrain Investors Day. Und dann wissen wir es alle genau. So, ich wollte euch einfach mal kurz meinen Stand geben, mein Gesamtbild von dieser Batteriesache bei Tesla gerade. Ich wollte einfach meine Gedanken mal mit euch teilen, weil mich interessiert dieses Thema einfach tierisch. Und ich glaube, das ist auch wirklich einer der Schlüsselthemen für Tesla. und für die Elektromobilität. Und genau, deshalb wollte ich das euch jetzt heute einfach mal erzählen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und fahrt elektrisch! Elektrisch! Wie soll ich das Auto sein? Wie soll ich das Auto sein? Vielen Dank.